Hallo Leute, hier sind Fonsei und Pulmovie11 wieder. Hallöchen. Und Fonsei hat für unser Achievement, was wir schon seit einer langen Zeit getestet haben, ProStrats herausgefunden. Hashtag ProStrats. Genau, die hat er mir eben gezeigt. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu kapieren, was er will. So wie erst einmal, aber ist ja in Ordnung. Genau, und jetzt sind wir voll vorbereitet und stürzen uns in ein sehr kurzes Abenteuer. So, erstmal muss ich hier einfach nur rauf, also noch nicht mal hier, sondern einfach nur hier stehen. Und jetzt den Kubus fangen gleich. Weil hier... Fonsei macht das nämlich richtig schnell. Beziehungsweise lass den einfach auf die Dings fallen. Ich habe ihn jetzt schon gefangen. So, und jetzt kann ich ihn fallen lassen. Und jetzt fliegt er da drüben hin. Zu Fonsei. So, jetzt kannst du durch. Jetzt komme ich. Ich denke mir so, yippie. Ja, jay. Und dann müsstest du dann erstmal in den komischen Raum, damit die Kamera sieht. Genau. Jetzt bin ich hier in diesem Raum drin. Und jetzt wirft mir Fonsei gleich den Kubus hoch. Ha. Gleich beim ersten Mal. Geil. Ich gebe ihn hier gleich hier oben. Jetzt könnte ich ihn natürlich theoretisch auch noch da drüben Portale hinschießen. Aber für ihn ist es eine Herausforderung. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, weil du halt hier einfach diesen Loop haben könntest. Wenn du nicht schnell genug bist. Genau, hier. Und jetzt passt auf, was er macht, Freunde. Er nimmt ihn. Und rutscht jetzt damit durch. Ohne dass der kaputt geht. Und das heißt, wir müssen das Komplette hier nicht mehr machen, sondern können einfach rüberspringen. Und somit würde man diese eine Errungenschaft, ich weiß nicht mehr, ob das ein Grip oder die andere war, viel einfacher bekommen. Genau. Weil du diesen ganz Flinkram hier drüben nicht machen musst. Genau. Und deswegen sind wir jetzt schon fertig. Das war schon alles. Das war schon alles. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Entschiefment, Leute. Und ich stecke in ein Portal. Ich komme nicht raus. Ich weiß nicht mehr, ob du gerade in ein Entschiefment machst. Nein, 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 ich bin gerade in einem ganz anderen Portal. Ich stecke.